Herzlich Willkommen Leute zu einem neuen Unboxing-Video des Pokémon-Sammelkartenspiels. Und ja, die neuen Tinboxen für den Sommer 2016 sind nun exklusiv im Handel erhältlich zu Xernerz, Eviltal und Zygarde. Die beiden Tinboxen von Xernerz und Eviltal sind erstmals in Shiny. Ja, die beiden Pokémon gibt es ja in Amerika derzeit nicht zum Download. Oder gab es in Amerika zum Download? Oder war es Japan? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, wir Europäer konnten diese Pokémon noch nicht runterladen. Aber wir können sie jetzt endlich mal auch im Laden kaufen, nämlich in den Tinboxen. Und ich habe mir überlegt, dass wir zuerst Xernerz aufmachen, dann Eviltal und dann zum Schluss Zygarde. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir legen diese beiden Tinboxen erst einmal zur Seite und machen dann Xernerz aus. Ja, die Tinbox, die sieht auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut designt aus. Ja, hier mit Xernerz, Eviltal und Zygarde. Und hier hinten steht auch noch etwas drauf, Zelebire die Power von EX-Pokémon. Drei großartige legendäre Pokémon EX offenbaren sich. Entscheidest du dich für die wellige Erlebenheit der schillernden Xernerz EX, die zerstörende Kraft der schillernden Eviltal EX oder der kraftbereiten Power von Zygarde EX aus der Tinbox? Schillerndes Kalos? Ja, so ist es. Die schillernden Pokémon sind jetzt hier erhältlich. Und ich bin mega gehypt auf die Tinboxen. Soviel ich weiß, sind in jeder Tinbox vier Boosterpacks enthalten. Davon zwei aus älteren Serien und eine aus... Ne, beziehungsweise zwei aus Schicksalsschmiede. Zumindest ist das der Fall in den amerikanischen Tinboxen. Und ich bekomme die Tinbox gerade nicht auf. Das ist richtig blöd gerade. Mein Gott, ey. Muss ich jetzt sogar mit den Zähnen rangehen, damit ich die auch bekomme. Aber gut, okay. Ja, also wie gesagt, ich glaube hier sind zwei Boosterpacks aus älteren Boosterpacks enthalten. Und zwei aus Schicksalsschmiede. Ja, so ist es auch. Die sehe ich auch schon da. Ähm, wir gucken uns aber erstmal die Promokarte an. Nämlich Xerneas EX. So schaut sie aus. Und ich finde, dieses Artwork ist mal mega, mega geil, Alter. Xerneas EX, 170 Kp. Und so sieht sie aus. Sie sieht einfach mal mega, mega episch aus. Also doch, die gefällt mir richtig, richtig gut. Allgemein diese Tinboxen, die neuen, die gefallen mir allgemein sehr, sehr gut. Also ich finde die sogar noch besser als die letzten Tinboxen hier von Garados und Machomai. Also doch diese Tinboxen. Die haben es auf jeden Fall in sich. Und ja, wie gesagt, vier Boosterpacks sind enthalten. Die Tinbox, die werde ich jetzt erstmal wieder verschließen. Die werden wir uns hier hinlegen. Hier ist die EX-Karte. Und halt vier Boosterpacks. Einmal zu XY, Turbofieber und zweimal Schicksalsschmiede. Und ich würde sagen, wir gehen ja von Alt noch Neu. Zuerst XY, dann Turbofieber und dann zum Schluss Schicksalsschmiede. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das erste Boosterpack hier mal auf. Ja, Online-Karten gibt es natürlich auch wieder mal jede Menge. Aber die zeige ich jetzt hier mal nicht. Lege ich auch direkt mal zur Seite, damit man bloß nicht auf die Idee kommt, die irgendwie zu sehen. So, wir beginnen mit einem Zubiris, einem Corazon, einem Lunarstein, einem Flauschling, einer Kampfenergie, einem Igamaho, einem Dicta, einer Feenenergie. Unsere Reverse ist ein Muskelband und unsere Wear ist ein Dictry. Oh, scheiße, Alter. Jetzt sind mir gerade die ganzen Karten auf den Brunnen gefallen. Ey, das war jetzt ehrlich gesagt nicht so geplant. Aber gut, okay, das war wahrscheinlich das Dictry, ja. Also dafür, dass wir jetzt hier so richtig schlechten Pull drin hatten, hat das Dictry mich dafür bestraft quasi, ne. Also ja, kann man eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. So, wir haben hier ein Durchfeiern als Trainerkarte, ein Professor Platan, ein Dummiesel, ein Kaumalat, ein Muschas, ein Fulcano mit einem richtig geilen Artwork. Das sieht richtig bedrohlich aus, einem Psyau, einem Anton. Unsere Reverse ist ein Mogelbaum und unsere Wear ist ein Quatschuzo. Okay. Also, die ersten zwei Booster Packs, die waren ja mal, ne, für die Katzen, ne. Das war schon irgendwie, äh, nichts Besonderes. Aber wir haben noch zwei Schicksalsschmiede-Booster Packs, ja. Und da sind auch die neueren Karten drinnen. Und wer weiß, vielleicht haben wir hier besseres Glück drin. Ich würde es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich, äh, schön finden, wenn das der Fall ist. So, Kurt, legen wir wieder zur Seite. Und dann gucken wir mal, was uns in den letzten zwei Booster Packs erwartet. Ein Mytholos haben wir hier drin, ein Rückentwicklungsspray, ein Chillabell, ein Lavita, ein Warmball, ein Smogon, ein Spoink, ein Picochilla. Unsere Reverse ist ein Riolo und unsere letzte Karte ist ein Rotom. Was ist los mit den Booster Packs, ey? Die Tinbox sieht so gut und, äh, also vom Design her und dann kriegen wir nur so ein Shit hinterher geschmissen. Ja, das geht ja mal gar nicht, ey. Naja, wir haben ja noch zwei Tinboxen vor uns, ja. Vielleicht haben wir da deutlich mehr großes Glück drin. Man weiß es nicht. So, wir beginnen mit einem Chillabell, ein Ammonitas-Fossil, ein Knuddelhoff, ein Riolo, ein Molimorba, ein Flormel. Ein Picochilla, ein Skalück. Unsere Reverse ist ein Sesokids. Und unsere letzte Karte ist ein Zitomega. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Xerner's, äh, iX-Box, die war nix. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, sie hatte zwar eine richtig, richtig epische iX-Karte als Promokarte, aber der Rest, der war schon mager. Puh, ey, da müssen die nächsten beiden Tinboxen aber richtig hart reinhauen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, war es das von diesem Unboxing heute zu der Xerner's iX-Tinbox. Und, ja, ich würde mich über eine Bewertung freuen. Lasst einen Daumen da, wenn euch das Video gefallen hat. Und im nächsten Part gibt es dann eine weitere Tinbox. Also, bis zum nächsten Mal Leute und ciao.